Atzenmusik.tv Atzen-Session sonst was wir sind jetzt hier im Studio bei uns die Atzen das Studio und er ist online ihr seht das der Atzen-Kanal Jawoll YouTube Atzenmusik.tv Wir haben jetzt ganz viele Rubriken hier da kann man draufklicken wir haben alles ein bisschen aufgeteilt und zwar Musikvideos, Atzen-News Party Clips man kann da draufklicken rechts seht ihr die Rubriken hier naja normal ist halt für blöde gemacht von blöden für blöde Manni was meinst du Hallo wir arbeiten gerade ganz schwer an unserem Album ich mal hier auch ein Bild für euch das filmt hier gerade ganz komisch geht auf jeden Fall auf unseren Channel ihr kommt auf unsere Tour bestellt die Karten bei ich muss jetzt mal entweder in die Kamera gucken oder in die Dings das ist immer voll schwierig hier man sieht es gar nicht richtig ok ja kommt auf unsere Tour auf jeden Fall 2011 ihr könnt euch nicht vorstellen wo ist denn das hier ach da ok kommt auf unsere Tour und feiert mit uns ab wir haben hier zwei richtige Spezialgäste am Start und wir leiten euch mal weiter Juhuuu ี่ess jeee рублей Jerry ihr wisst bescheid tanzenあの Arsinmusik TV checken unseren Arsensalika checken Wir sind die Arsensalika bei Apres voten 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 für seine Singles auch am Start Ende des Jahres also Ihr wisst bescheid und wir haben noch jemanden Oh, MC Bastard! Hallo, hier sind Los Bastardos bei den Los Azzos heute und wir machen gleich Siesta! Peace, Alter! Ey, warte mal MC Bastard, feierst du das Zadikar-Video eigentlich? Ey, natürlich, machen wir ja. Alle meine Freunde da draußen, votet für Zadikar! Ich liebe dich! Sonst komm ich vorbei und schick euch in die Hölle! Elektro-Pop! Atzen-Session! Atzen! Ach, und übrigens, die Tour-Trailer angucken! Auf jeden Fall, die Tour-Trailer! Nur wer sie findet! Nur wer sie findet! Zur Tour kommen! Ja, wenn ich komm, ne? Der Humpa-Tisch, ne? Ja, der ist aber schuld!